so Hello, 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 hey, hey, was soll das? Hi, Leute, also, heute geht's los hier mit Demolition Derby. Ah, Nick und Panos haben überhaupt keinen Bock Demolition Derby zu fahren, aber dafür Ja! Ja, Bingo, wir bringen Bock für 4. Hey, da sag mir, was du für eine Platzierung hast, ist mir sehr wichtig. Panos, hör auf, denk an die Worte, die ich vorhin zu dir während wir keine Aufnahme komm das ist die Scheiße nee komm wir fahren anständig das geht nicht, glaub mir versuch es aber what the fuck, ey warum fährt er nach hinten der Lutscher es gibt Idioten der heißt Panos nicht nur Panos, war auch ein anderer und mein Auto lenkt jetzt schon von alleine, scheiße das ist kein gutes Zeichen mein Junge Alter Leute Junge, was macht ihr denn? könnt ihr überhaupt nein nee jo ja ich wollte neben dir driften und vorbeikommen aber du lenkst nach rechts ja und da war es schon passiert ja wenn ich jemanden auswecken muss passiert das so das ist der Maluschen da, wie ganz einfach oh what the fuck so wie es sich gehört oh nochmal die Wand knutscht jawohl Mann das ist Nickers jawohl zu mir schicken warum kommst du nicht selber sein Auto ist kaputt er kann nicht mehr kommen oh die arme Pussy hat scheint sein Auto kaputt gemacht und dafür müssen mich alle andere müssen mich dann rammen, weil er es nicht mehr kann Delta, das ist deine Chance übrigens, gell? ich hab' nur noch mal ausgereift ich ficken doch weg, man wie geht denn Junge, bist du dummer oder so? ja, was soll man sehen? wir haben sie ins Gehirn geschissen oder was, als wenn etwas bringen würde so die Strecke ist nicht gerade nur 12 Meter Brenner oder so logisches Denken solltest du nur noch mal irgendwie aneignen das ist der weiter ein warte ich, ich mache den jetzt hier für dich Dank, na, bringt mir nichts mehr, ah, der hat auch einen Platten, sehr schön und dann bist du manchmal so schlecht ein Wotterfock boah gar nicht ohne hier und auch nicht mehr, was heilsdick und auch erst mal dazu so, ich weiß zum Glück schon, wie man mit Platten fahren muss, dass das klappt oh, der lenkt oh, ich hab'n Platten ah, du auch ja, Delta ist dritter, müssen wir nervös machen, bisschen aufregung, muss im Spiel kommen doch, der dritter ja, dritter oh, du bist du dumm, du bist du dumm, du bist du dumm, du bist du dumm, du bist du ja, genau ja, du hast mich doch nicht überrundet, das heißt, da passt schon wieder das zählen vor die Runden nicht, ne hau ich noch mal weg, Alter finde ich aber toll ja, ist, leider ist es zurzeit ein bisschen verpackt hier ja, ist, leider ist es zurzeit ein bisschen verpackt hier alter, der andere nicht weggefickt, ey ja, und deine fahrt ganze Zeit in gegengesetzte Richtung weil das so ein Mongo heißt ja, ich freu mich schon aufs nächste Rennen, da ist ein bisschen mehr los, hoffentlich da hab' ich keinen kaputten Reifen, dann kann ich ein bisschen besser auf die Kurven eingehen ja, wir könnten übrigens zusammenspielen, im Sinne von uns absprechend ja, das hab' ich an und für sich als Tone vor wir wollen ja hier gewinnen und nichts hinter Platz machen, ey, was soll das genau ne, ist bei mir nur ein dummer Bug, ne du bist vor mir ja, du bist vor mir ja, ich weiß, ich weiß, und ich hab dich, du hast mich nicht überrundet, gell oh, ich hab' kein Reifen mehr, pfff ja alter ist zweiter, oh mein Gott, alter dritter ja, Alter, nur boll'n bisschen, schau dir schon die ganze Zeit zu jawohl, ne, komm, ne, hier geht's um Rahmen, hier kann ich nicht so gut, ne, gar nicht lenken, gell aber, warum hab' ich jetzt nen Klacken, aber, so behindert oh, grad noch ausgewichten komisch dieser Wichser, ja ja, ich hab' nur schon Delta-Wichs dann auch richtig hm, Nick hat sein Fahrzeug zerstört, wahrscheinlich ich wollte, der grad' weg haben, mit Leih hab' ich grad' nen D-O, nen schönen Klacken gekriegt, alter ach, au, und diese Scheißspanne, oder was ist das, irgend so ein Wichser hat mich ganz einfach der Wichser ja, das ist aber, glaub' ich, ein, äh, Britta der, was dann ging, gesetzt in Richtung Fahrt oder der Komplett, nein koral, orange, der andere ist grün ah, ok, ja, kannst du jetzt besser fahren, blenden, Neo ne, wenn du nicht Ami, der grün, ne, ist ein Ami Ami, okay der, der, der gerade in dir vorbeigefahren ist, der orange oh, ich bin, ich bin jetzt ich bin jetzt zweiter keine Ahnung, das ist Sinten-Backer, oder da ist mir egal vorne rechts auch ne, vorne rechts noch nicht, oder? doch, bei mir hat's einen Platten vorne rechts ich glaub' das ist Neo, ne, da vorne keine Einmacht ne, ne, ich hab' nur links nur, nur rechts hab' ich keinen, äh, einen Platten ne, ein Cobra, der hat zwei Platten vorne Alter bin ich weit hinten also bei mir hat's wieder mit die Runden irgendeinen Bug gehabt, ne? ja, meine zweiter Platz, das ist doch geil ihr könntet gerne mal nachschauen, wo der Bug entstanden ist in welcher Runde, dann schreibt das mal in die Kommentare würde mich sehr interessieren oder vielleicht auch mal gucken, ob nicht vielleicht Neo einen Fehler gemacht hat Neonatoris vor mir ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe, und ich bin Sechster ich hab' dich aber vorhin umrundet, oder so ja, aber hast du nicht boah, Neko und ich ganz, ganz das ist nicht, dass ich irgendwie zurückgefallen bin ja, und ich bin wirklich so weiß da hab' ich hinten weißt ja, da gibt's ja diese Checkpoints hier, die man erreichen muss und da bin ich anscheinend bei irgendeinem vorbeigefahren, wie auch immer ja, Event zwischen, äh, was? warum bin ich jetzt wieder Letzter? ja, das ist, ähm, es werden die Punkte zusammengezählt wer am Ende den meisten Punkte hat wer den meisten Punkte hat, hat gewonnen kriegt die meiste Kohle da steckt nämlich wirklich viel Kohle dahinter da kannst du für den ersten Platz dann, ja auch 120.000, wenn da das ist Quatsch! 40.000, 50.000 ja, ist aber auch nicht schlecht mit normalen Rennfahren kriegst du mehr Geld, als wenn du hier die die Kacke dann machst na, find ich gar nicht doch, ist so! also, es macht Fun, ich kann mit spielen, äh, ich glaub' ich will nur noch dümmerlichen Derby spielen haha auf jeden Fall haben alle dieselben Fahrzeuge Panos, jetzt hör auf! wir versuchen jetzt ein bisschen im Team zu spielen, ja, wir rammen uns nicht gegenseitig Versuch dat mal Panos hinzukriegen hm komm, Papa Molla ist schon weg oh, ich wurde auch weggerammt danke, dank Delta mit ja, dankeschön Delta auf jeden Fall ja, weil du mich hier zur Seite geschoben hast hab dich am Arsch zur Seite geschoben hab nix zur Seite geschoben ich ramme dich ja auch nicht mehr, oder? ah, Delta ist hinter mir ja, nicht rammen Panos oh, wie groß Achtung, die Kurve nach dem Ziel ist ein bisschen gemein oder im Ziel die Zielkurve ja, weißt du, will nicht rammen, warte, ich geh' ja weg so, ich hab' mal einen gedreht weil ich so nett bin und der Gott, Mann, 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 das ist ein verfickter Spanier der mich dann mal so weggefickt hätte was macht ihr zwei da für Faxen? ja, ich will mitficken, Alter ja, ich sag' doch, ich mach dat du hast ihn einfach nur ein bisschen aufhalten sollen das war ein im Sprung gedreht coole Lackierung übrigens das ist ne Standardlackierung, die ist Nummer 14 oder 15 ja, ich fahr' grad mit der ersten Standardlackierung, ne? dich auch das muss ich gar nicht mehr ändern, aber auch egal ja, muss ich unbedingt ändern beim nächsten Mal da wurde er richtig krank weggefickt haha, passiert was passiert ich hab' kein gutes Letzter weißt du, was hat mit Leuten passiert, äh, die schadensfroh sind Panos das kenne ich Letzter ich bin Siebter aber wir wurden grad jemals Letzter angezeigt der Kobra auf jeden Fall, der weiß wie man den Weg abschneidet, aber nicht gut genug ah, jetzt will er mich ein bisschen auf die Seite drehen tja, da hab ich wieder einen Platz verloren oder na man NEED ah, DANKE NIX Shaggin ah ne, ich well schon von einem anderen vorwärts das wärst du mich einfach so reingefahren ich konnte nix machen Das hat sich nicht angehört. Ich konnte nix machen. Nix. Oh scheiß von Sack, Alter. Wie meine Karre aussieht. Ich glaube, ich habe gerade einen Drabi gebaut. Guck mal, meine Karre, Nick. Ja, schön. Mir ist gerade einer in die Seite gesprungen. Ich habe so einen kranken Linkstrang, ich kann nicht mehr nach rechts lenken. Ja, eine komplette Karosserie ist verzogen. Ja, natürlich werde ich weggefickt. Ja, das ist das Pech der Idioten. Der Verbrauch, ich bin dumm. Oh, ich habe es nicht, was ich mache. Ich bin kaputt. Scheiße. Der Delta hat sein erstes Fahrzeug geschrottet. Sollte er eine Trophäe geben, oder? Nein, ich nicht so. Nicht? Panos ist sechster. Oh, Panos, muss das sein. Ja, der ist voll doof. Wir sagen hier in Teamspielen, was macht er? Ja, aber es ist ein Mönchchen-Derby. Ja, drosser Jahr, aber die anderen Rappen, und nicht wir selber. Noch ganz lustiger. Einen Leute zu haben. Komm, aber auch in Ärgerin links Tralle. Oh, ich habe es gesehen. Bist du noch durchgekommen? Ja, einigermaßen. Boah, ist doch schnell. Nick, schaffst du es noch ins Ziel? Ja. Oh, ich hoffe, ich auch. Wenn hier keine Scheiße passiert. Panos behindert mich nicht, wenn du hinten bist. Natürlich, der mit dem roten Ausrufezeichen ist erster. Ich sehe oft so, ich sehe oft so. Entweder die mit dem weißen oder die mit dem roten. Hab's auch noch geschafft. Ich bin auch weiß. Fünf. Bin auch noch weiß. Ja, ich fahr auch nicht sehr rahmhaft, ne? Got Money, 57 ist erster. Wie erändert sich das? Er will nicht, aber auch egal, wie oft noch. Doch, es ändert sich. Nein. Es gibt zwei Strecken. Wir holen die gleiche, aber nur einmal in groß und einmal in klein. Er meint Kollisionsraten. Die Farben, sie ändern sich garantiert, vorher. Nein, auf gar keinen Fall. Aber den ganzen Tag Demolition Derby und Ram nur, glaubt mir. Das ändert sich gar nicht. Ich bin eigentlich immer nach Demolition Derby immer grün oder gelb gewesen. Nach ein paar Runden. Dauert zwar ein bisschen. Ja, ich bin gespannt. Heute haben wir mal eine Spezialfolge, ne? Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann wird's noch interessanter, ne? Für Nick erst recht. Ja, dann wird Nick Aggressionsausbrüche haben. Ja, was? Ja, wenn wir Hardcore fahren später. Yay. Der ist aber motiviert. So, versucht nicht zu rammen, ja? Zumindest nicht uns. Hey, gib mal Gas. Hi, Lka. Ich hab auch, Lka. Boah, Alter, ich werd auch nur gedrehen, ey. Hab's gesehen. Nein, da kommt der nächste an, Junge. Alter, kannst du mich meine Ruhe lassen, oder wat? Gelder, bis du das warst, oder? Oh, man lutschen, ey. Wow. Das ist grad' rennen, auf dem höchsten Niveau, weißt du das? Der Haus hat auch immer neuen Runden eingeschickt, dumm oder so? Ja, damit man am meisten Kohle bekommt Er hat dich weggeschoben, Nick. Ja, macht nrit, mach nix. Bin ja schon da. Wow! Ja, aber der hat den Knallhahn von mir weggefickt. Ja. Wie es sich gehört. Toll liegt einer herum. Aber jetzt ich kann plappen, ich hoffe nicht. Warum? Oh, Alter! Schau, wie, 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 jetzt hab ich grad Plätze verloren! Von dritter auf siebter, warum? Auf Achter! Was ist das? Fuck. Fuck. Ich hab grad wegen einem Sprung einen Platten bekommen. Bist du grad nur mich geflogen? Ja, knapp an die vorbeigeflogen. Ich hab grad wegen einem Sprung einen Platten bekommen. Hey! Oh. Alter, mein Auto ist auch noch nicht grad das Beste hier. Ah, meines ist komplett zerstört, der CMT. Wow! Machstest du das? Ja, das war wohl ich. Wetten, mir zerreißt jetzt gleich den Reifen komplett. Boom! Alter! Alter! Alleine Laufen genommen. Oh, was passiert. Sind alle reinigen. Wie sie bis zuerst da? Weil ich skill hab, Junge. Weil du Wichse, das ist ganz ehrlich, ne? Ja, aber für das, der sich am 8. Blatt war, bin ich schon wieder schön weit vorne. Weißt du? Mit allem hat er Glück, weißt du? Ach, was? Ich drehe mal kurz im zweiten. Nett, oder? Mach schon am Platten, ist auch schön. Mach schon mal wo. Delda, bekommst du zurecht? Delda, welcher Platz bist du? Ich glaub, Delda darf nicht mehr reden. Der hat ein Kind und so. Mach aber nichts. Mach aber nichts. Du? Du? Dann wir, das ist für uns, weißt du? Muss man das nicht sein Gelaber anhören, hier. Super Spaß, es gibt uns Töpfen die Eier. Wunderregel. Wunderregelig, ne? Ich hab genau auf der falschen Seite einen Platten. Ich auch. Rechts hab ich nämlich einen Klang. Ich hab pensa mich wegficken. Guck mal, er hockt. Ah, mit in meinen Sprachjaust... Also rechts wär man im Platten lieber, weil da kann ich die langgezogenen Kurven besser fahren. Hey. Ja. dann stellen sie einfach das recht konkret extrem gut aber so nach links die kommen kriegen die hat Kurve nach links ist eh scheißegal da gibt sie nur zwei oder drei die Rechtskurven sind die 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 man gut kriegen muss also so lange Kurve die ist schön nach links und die kriegen wir nicht so doll übernommen hat typisch Letzplay typisch Letzpläne ich war ja wohl er hat das Fahrzeug zerstört die Rechte Spass Armand heute läuft gar nicht um Auto eine Karte und haben wir noch das Spiel nach Köln ein bisschen für die Scheiße ganz ehrlich weil alles verpackt und so verfahren da jetzt ist ein bisschen verpackt nicht ich hab dich nie überholt ja und bin wieder vor dir das ist das Spiel sein mit dem Modus einfach behindert aber ich halte sich zielen er sagt mir immer an Prozent ich ich habe keine neue Runde bei mir genauso gerade den in der Städte und mir will ich mal gezeigt dass ich ihn falsch verletzt und fahrt ich war ganz normal wir mal sagen schreiben wir mal den Gritleuten mal an oder man ist er kann auch nicht mehr können wir mal wieder am Petschmann über und wir haben nur geflogen er er war ein zweites üblichen höher sein können das ist so bei jeder Spieler bei der anderen geht es ihm ganz normal weiter anscheinend immer um zu ihm die schlacken neue Runde durchfällt sie durch sie aber jetzt habe ich die sechs Runde geschehen hat keine Ahnung was da los ist wo mehr ist nur in der Städte gestartet Rechen und auch die neunte ich bin bei der Sechsen geschahen um und wir haben schon etwas mehr rum wo ist es ohne Spaß weil ich hab grad den dritten vor mir wie geil und die Sechster der Schöner Kurs er ist so bei jeder Scheiße ohne Witz ist noch es ist immer wichtig sich in den letzten Enden und ich jetzt da und ich kann man diesen Scheiß Modus nur spielen weil er nicht verpackt wäre das eh nicht schlecht oder ach das ist dann kommen die ganze in der acht alle so derbel langweilig ist es ist unglaublich ich mag das Spiel wiederum ich bin auch noch in der sechsten Runde wo ich über Schaden und Zwiebel fahren bin ja genau ich ich bin auch noch immer in der siebten Runde stimmt ne ich bin in der neunten Runde Alter Neu lass raus gehen Scheiße ohne Spaß Neu war das schon das letzte Peinano es ist die zweite Lasse ja guck mal alle sind nach Finish aber Dein ist durchgefahren Neu ich schwörst dir Behende mach das bitte ja jammert hier ne ja das ist doch Scheiße wo macht das denn Spaß alter das ist ja da kann einfach ein Bugfix her an fertig das Spiel hätte ja eh noch sehr viel Potential ja das steht das ist scheiße selbst wenn es nicht rumbacken würde der würde es einfach nur Scheiße wie gesagt es gibt nur ein Auto und dann immer dieselbe Scheiße schön in der achtfache ok wenn du meinst ja leider kriegt man noch keine Kohle nehme ich an weil ich bin jetzt weißt du ich bin jetzt Level 2 oder 3 und ich will die Kohle haben und das geht es mir gerade 5.000 äh glaub da gibt es ein bisschen mehr da kriegst du nicht vieles ich glaub es mir selber nicht nochmal schauen bitte tu uns den Gefallen tu erstmal die Aufmerksamkeit komm wenn es jetzt nur noch ein Rennen ist fahren wir das ja vielleicht passiert dann noch was lustiges pff ok also komm wird einem auch so schön angezeigt wie viele Rennen das noch sind ne ja ja wird glaub ich gleich ich hoffe das nö sie wird nicht scheiße 10 Runden 10 Runden ok das muss das letzte sein 10 Runden 10 Runden ey 6 5,6 Runden vollkommen und 10 Runden ey die haben bestimmt nicht alle gezählen und ein paar nochmal neu fahren im Grunde fährst 3 Runden hier oder so oh den Franzosen haben wir aber schön weg geschoben haha Delta ich will auch weiter geschoben die sind so weit also super Panos oh da hat er ein böse überschlagen ganz böse aua 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 Idiot super in der Zeit wieder im Platten Alter Panos Junge was ist das denn ach der wurde erstmal der Delta gedreht und wieder am Platten ne jetzt schon ja weil einer wieder mitten im Weg stand und genau los gefahren oh 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 verdammt wie lange ist jetzt die scheißaufnahme ich schau Über 20 Minuten. Das ist halt ne Spezialfolge. Jawohl. Und sehr schön, wenn du gedreht. Ja, wollte mich unbedingt umdrehen. Tja, das ist jetzt richtig, richtig... Jetzt übersteht er sich sicher wegen so nem Reifen. Das gefällt mir an dem Spiel. Ja, also ich hab, glaub ich, jetzt mehr als einen Platten. Aber mich hat's jetzt richtig böse überschlagen, ey. Panos! Wow! Oh mein Gott, Delta ist mir reingefahren. Jawohl, Delta wurde gedreht! Hab gehört, sowas passiert bei Grit. Wow! Guck mal, wie wir uns hier spielen! Komm, Delta, kommst du her! Jawohl! Komm, warte doch auf mich! Bleib doch stehen! Wir haben jetzt hier ein Battle. Oh! Hat er mich nicht erwischt? Oh! Tja, das ging jetzt in die Hose. Tja, wieder sechster Platz, also ich war schon besser, ja. Das ist nicht normal. Sie abgehen, nicht normal. Oh, der hat mich dann Wix jetzt überholt. Ja, der hat mich nicht in den Reifen fest. Was meinst du denn, die Musik, die hier im Grid spielt, ist die GEMA frei? Die Musik hier hat keine Musik. Scheiße, ne. Ich glaub, da gibt's Musik. Bzw. kann man welche dazu schalten. Oh, Schulz ist da Wack schon wieder da. Ich hab auch noch ne andere Runde. Ja, ich bin jetzt in der sechsten Runde. Oh, und wäre ich jetzt eigentlich auch gewesen, aber... Das heißt, ja, habt ihr gerade überholt. Ich bin noch an der 5. Ne, warum hast du mich nicht? Das ist deine Kinder mehr. Nein. So gesehen, hast du mich jetzt. So gesehen, hab ich dich überholt, weil ich jetzt noch nicht... So gesehen, hab ich dich überholt. Der kommt immer so davon. Ja, weil das Spiel einfach behindert ist. Wow, Panos. Meinig, jetzt hab ich dich überholt. Ja, mach ich. Ich hätte mich sowieso machen. Also, die Folge heißt, glaub ich, Backdörby, ne. Oh, jetzt bin ich seit der Runde. Sehr schön. Komm auch nicht um die Kurven hier, ne. Ja, ne, mit dem Platten. Wer hat die Karte seit der ersten Runde am Platten? Für das halte ich mich eh nicht schlecht, oder? Ich hab' mich mal am Platten, aber irgendwas ist. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Da hast du mich weggefickt hier. Da hab' ich nur ein bisschen angeschoben. Ja, danke. Wo hol'n sie mir anderen auch noch mal? Sehr schön. Bist du direkt hinter mir? Ja, ich versuch grad' mein Fahrzeug zu zerstören. Boah, Alter, was ist das denn für ein Hulenfixer? Ist er der reingefahren, oder? Ich muss entgegenfahren, Alter, wegrammen. Ja, der kommt auch noch mal, Alter, die fahrt... Ich weiß, ich hab' keinen Bock mehr auf diese Scheißdinge. Ganz ehrlich, in der Farm. Ist Indica noch schlimmer? Nein, Indica, süß, süß, süß. Mann, ey, wie kann man doch... Wie kann man doch... Wie kann man doch... Wie kann man doch... Was haben da für'n Spielmodus reingeklatscht, ey? Du weißt der Scheiß überhaupt, ey? Pa... Ne, das ist... Panos, bist du das? Ja, ich will doch das. Mann, ey! Komm, ey! Panos, lass mich wieder frei! Mann, ey, das gibt's doch normal nicht. Nick hat mal einen. Ah, Nick hat verlassen, ja. Ooooooh! Hi, Delta! Äh, noch'n Platten, wie schön! Ja, mit Delta, bitte! Alter, das geht grad so böse zu, ja. Ey, ich frag mich wirklich, wozu man... Wow, Panos! Also, wie man hier gewinnen kann, wenn das so verpackt ist, ja. Noch'n Platten, ach wie schön! Wie viele Platten will ich noch haben? Dann schon wieder fünfter hier. Naja, somit hatten wir unsere Spezialfolge. Jetzt gucken wir noch, wieviel Kohle wir bekommen. Wenn das die letzte Runde war, ansonsten hau' ich's hin. Nein, war das nicht. Wirklich? Beende. Das war nicht die letzte Folge? Nein! Also die letzte Runde? Kacke! Was? Event-Belohnung, sag' ich doch. Ja, 14.000, was will man mehr? Für meinen Platz? 11.000! Und ich sag schon mal, adieu an alle Zuschauer, ich muss Mikro ausmachen wegen Kind. Okay, bye-bye! Bye-bye!